Warum fahren wir denn immer mit dem Auto zur Schule? Warum fahren wir denn eigentlich immer mit dem Auto zur Schule? Mama sagt, ich kann nicht mit dem Schulbus fahren, weil wir zu nah an der Schule wohnen. Ich hätte schon gern eine eigene Fahrkarte. Ich muss schon aufpassen, wenn ich die Straße überquere, da ist viel los. Die Autos sind schon schnell. Also 50 kmh sind 16 Meter pro Sekunde. 16 Meter pro Sekunde? Kann man uns überhaupt sehen, wenn man so schnell ist? Man könnte bei uns in der Schule so etwas bauen. Dann wären wir sicherer und unsere Eltern nicht so gestresst. Wenn der Abgeordnete das sehen könnte, wie chaotisch das hier alles ist, dann würde er uns doch bestimmt helfen. Wer sich mit dem Bus fahren kann oder wir eine Haltebucht haben, könnten Mama und Papa sich vielleicht mit den Eltern von Dula aus meiner Straße abwechseln. Die fahren immer zur gleichen Zeit los. Dann könnten wir zusammen fahren, wie die Kinder im Bus. Dann könnten wir uns die Kamera einv 0 0 0 0 0 0 1 0